Hallo, ich habe mir mal zwei Steinsteuerer gekauft, eine aus Holz mit einer Lederpautsch. Ich zog hinter den Schlitt und eine mit einem Handgelenksstütze oder Armstütze genannt. Wollen wir jetzt mal ausprobieren. Es kann natürlich viel mehr Druck aufbauen, wie man schon sieht. Da ist ordentlich Zug hinter. Die probieren wir gleich mal aus. Ich habe hier ja schon mal ein Sortiment. Ich habe da hinten mal einen Becher aufgetrillt. Den seht man jetzt zwar nicht. Aber ich sollte mal versuchen, den Schuss zu geben. Das ist perfekt. Dann stehe ich mich an. Da hat sie drin. Passt. Er hat die Stuhl so weich, der Blick aufs Öl. Die Dürung und die Lederpautsch. Die Mitte hat mich gleich mit der Armstütze. Das ist natürlich richtig geil zu ziehen. Das ist zwar viel mehr Druck aufbauen. Die Pautsch sind klein. Die Pautsch sind klein. Ich bin mal nur getroffen. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Deswegen muss man sich einfach reinpuxen. Ich habe da versucht sozusagen. Weitere dünne Tipps. Habt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Was und für welche benutzt. Steinschirr und was nicht. Das sind meine beiden. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. Süchtig nach dir. Ich bin süchtig. So schön habsen. Süchtig. Ich bin süchtig. Bis zum nächsten Mal.